Werden wir bald alle unser Bargeld los? Sind wir gezwungen auf elektronischen Zahlungsverkehr umzuschwenken und haben nicht mehr die freie Wahlmöglichkeit auch Dinge des Alltags mit Bargeld zu bezahlen? Das ist eine interessante Frage und der möchte ich heute nachgehen und ich möchte Vor- und Nachteile und auch Glaubenssätze mit euch teilen und komme zu einer durchaus für mich überraschenden Erkenntnis. Ja, also die große Angst für die meisten Menschen ich habe hier jetzt ein paar Quellen, insbesondere bei YouTube, Meinungen, auch Reportagen beim WDR gab es eine Reportage, beim Marktcheck eine Reportage über das Thema Bargeld und die jeweiligen Meinungen der verschiedenen Seiten angeschaut. Die größte Meinung und die sich auch sofort mit uns allen, glaube ich, deckt ist dass wir alle das ablehnen, in einer Zwangshandlung vom Bargeld befreit zu werden. Und das ist auch intuitiv wahrscheinlich die Meinung der meisten Menschen, dass wir einfach sagen, ich möchte immer die Möglichkeit haben, auch Bargeld zu nutzen. Und dann kommen dann entsprechende Argumente, auf die wir noch eingehen werden. Die Frage ist jetzt, warum ist das ein Argument? Und die Frage müssen wir uns ehrlich selber stellen. Nein, die Sklavenbetreiber damals, denen wurde auch was weggenommen mit einer Zwangshandlung. So eine Sklavenarbeit wurde verboten, es durfte keine Sklaven mehr gehalten werden. Man hatte halt nicht die Alternative, die Arbeit selber zu machen oder ehrliche Arbeiter zu bezahlen, sondern man hatte halt die Alternative, um Sklaven zu haben. Und das wurde abgeschafft. Also nur das Argument, dass etwas erzwungen passiert von der Gesellschaft ist kein Argument, auch wenn wir das als erstes sofort für uns als ein durchaus gewichtiges Argument sehen, weil wir uns unter unserer Freiheit beschränkt fühlen. Und dann müssen wir uns auch natürlich fragen, wer ist denn die Regierung? Die Regierung sind die Menschen, die einen Konsens bilden von dem, was die Gesellschaft abstimmt. Dass die Gesellschaft nicht wirklich Wahlprogramme liest und aus einer bequemen Komfortzone wählt oder aus Populismus wählt, das kann man dem System nicht angreifen. Weil die Parteien, die gewählt sind, das sind die Parteien, die den Konsens bilden und leider nicht nur aufgrund ihrer Thematik oder was sie tun, sondern auch aufgrund des Habitus der einzelnen Menschen. Das ist ja einfach, ich habe schon immer CDU gewählt, ich wähle CDU. Es gibt sehr viele Wahlprogramme von Parteien, die V3-Partei zum Beispiel, Tierschutzpartei oder in allen anderen möglichen Sparten, je nachdem wie man so tickt, die wirklich gute Wahlprogramme haben und die komplett auch sich anders lesen als der Standard. Und solange eine Gesellschaft so ein bisschen in dem Standard verharrt, haben wir das als Regierung. So, Exkurs Politik zu Ende. Also, das ist kein Argument, das etwas erzwungen ist. Das heißt, ich kann mir komplett beiseite legen, wenn die Regierung bestimmt, dass wir kein Bargeld mehr zu zahlen haben, dann ist das nicht per se schlecht. Und damit fällt schon einiges weg. Und dann schaut man auch durchaus mal auf die positiven Seiten. Und da fällt sofort auf, dass natürlich alles entanonymisiert wird. Bargeld ist anonym. Wenn ich Bargeld Paul gebe, hat Paul das Bargeld. Aber keiner weiß, dass ich Paul das Bargeld gegeben habe. Und das schafft wiederum viele, viele Vorteile. Ein auf der Hand liegender Vorteil ist, dass eine Gemeinschaft, also die Gemeinschaft der Menschen, ja gewisse Systeme erschaffen hat, um die Gemeinschaft zu schützen. Und auch wenn ich der Letzte bin, der diese Gemeinschaft, in der wir leben, ich grenze das jetzt mal auf Deutschland ein, aber wir können auch die Weltgemeinschaft sehen, je nachdem wie ihr das gerne mögt, der sagt trotzdem, es ist gut in einer Gemeinschaft zu leben und sich gegenseitig zu unterstützen, weil wir soziale Wesen sind. Das heißt nicht, dass diese Gesellschaft, diese Systeme gut ist. Aber grundsätzlich ist es gut, dass von der Gemeinschaft Systeme gebildet werden, das passiert ja auch in alternativen Gemeinschaften auf dem Lande, alternativen Ökodürfern und ähnlichen, dass diese Gemeinschaftsbildung nicht auch wirklich sehr wichtig ist. Und wenn Geld anonym den Besitzer wechseln kann, dann torpediert es wahrscheinlich, oder eigentlich nein, es torpediert durch Schwarzarbeit, durch Kriminalität, auf jeden Fall ein bestehendes System. Egal, ob das gut oder schlecht ist. Aber das kann nicht die Lösung sein. Reine Individualität oder den Gemeinschaftsgedanken, ohne gemeinschaftlich an einen Strang zu ziehen, mit Respekt, und dazu zählt halt eben auch, dass man das System akzeptiert und respektiert. Genau wie ich das auch tue. Ich mag jetzt nicht Tiere essen, aber ich akzeptiere und respektiere, dass wir in einem solchen System leben. Und entsprechen natürlich auch die Menschen. Und so ist es wirklich ein Nachteil, diese Entanonymisierung des Geldes. Und wir kommen dann noch zum Datenschutz, da muss man das auch differenziert betrachten. Aber erst mal aufgrund der Kriminalität ist es halt so eine Sache, wenn alles elektronisch läuft, ist alles nachvollziehbar. Und das sind wir auch zu einem Punkt Anonymisierung. Aber vielleicht kommen wir da, also Anonymisierung im Internet und Datenschutz, machen wir das jetzt gleich mit. Damit das einfach so im Flow jetzt hier rausfließt. Also, das ist ein schwieriges Thema, Anonymisierung. Ich denke, dass der Wunsch nach Anonymisierung oft getragen ist von einem gewissen Nicht-im-reinen-Sein mit sich selbst. Also generell der Wunsch zur Anonymisierung. Er ist wahrscheinlich trotzdem sinnvoll, gerade in unserer heutigen Gesellschaft. Aber im Grunde genommen, wenn man wirklich selber zu allem steht, was man ist, was man tut und einfach wirklich im Reinen mit sich selbst ist. Und das sind sehr viele Menschen nicht. Das fängt mit der Art ihrer Beziehung an, das geht über die berufliche Laufbahn, das geht über Gedanken, die man hat, mit denen man sich nicht anfreunden kann, die man aber auch nicht hinterfragt und dem man nicht nachgeht, weil man denkt, dass man keine Zeit dafür hat. Und da ist so ein bisschen das Problem, dass man Privatsphäre fordert, weil man selber sich nicht so ertragen kann oder der Öffentlichkeit zur Schau stellen möchte. Und weil man dann sich dahinter verstecken kann und sagen kann, okay, das ist ein Grundrecht nach Privatsphäre, das muss ich einfach haben, das ist ein gesellschaftliches Kulturgut und das ist eine schöne Komfortzone. Und ich bin ja jetzt jemand, der aus dieser Komfortzone herausgetreten ist, insbesondere in den letzten vier Jahren in YouTube und habe natürlich auch gemerkt, dass dieses Hervortreten und dieses Aufheben des Datenschutzes bis zu einer gewissen Grenze. Also ihr seht hinter jedem Video bei mir unten seht ihr meine Adresse, im Impressum von meinen Webseiten seht ihr die Adresse, ihr seht eigentlich tagtäglich, was ich so tue bei Facebook, bei Instagram. Das habe ich alles sozusagen, bin ich hervorgetreten, weil ich halt eine gewisse Nachricht teilen möchte, weil ich mit den Menschen in Kontakt gehen möchte und realisiere natürlich auch die Schattenseiten, die es davon gibt. Menschen fühlen sich getriggert, Menschen haben das dringende Bedürfnis, ihren Unmut an meine Person auszuleben und haben dann auch ein Ventil, wenn jemand quasi nicht anonym ist. Aber wie wäre es denn, wenn nicht nur ich heraustrete, sondern die gesamte Gesellschaft quasi gezwungen ist, durch das Bargeld, durch die Auflösung des Bargelds herauszutreten. Wie wäre es denn, wenn man, bevor man ins Internet geht, sich ganz klar identifiziert und dass jeder Besucher an der Internetseite ganz klar dokumentiert wird und man genau das zuordnen kann. Da zwei Seiten. Einerseits, wenn es nur dokumentiert werden würde und im Falle eines entsprechenden Verhaltens, was der Gemeinschaft schadet oder was halt gegen den Konsens der aktuellen Gemeinschaftsregierung ist, dann wäre das glaube ich ganz gut. Aber, ja, solange wir in einer gesellschaftlichen, in einer geistigen Evolutionsstufe leben, wo auch viel Missbrauch betrieben wird, wo man betrügen möchte, wo man manipulieren möchte, wo man intrigieren möchte, dann können diese Daten natürlich auch genutzt werden. Und von daher ist Datenschutz in meiner Auffassung etwas anderes, als es in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Der Datenschutz sollte so sein, dass die Daten geschützt werden. Datenschutz heutzutage wird interpretiert, dass man Daten nicht sammeln darf. Und das finde ich nicht gut. Ich finde gut, man darf, man sollte alle Daten sammeln. Man sollte wirklich das Leben eines Menschen in Idealform durchaus gläsern, digitalisieren dürfen. Wenn, und das ist das, woran es scheitert, es zu 100% gewährleistet ist, dass diese Daten nur dann ans Tageslicht kommen, wenn tatsächlich irgendetwas passiert ist, wo dieser Mensch einen anderen Menschen geschadet hat. Oder wo er der Gemeinschaft bewusst schaden möchte. Also was nicht im Einklang ist mit Respekt, mit Demut, mit Liebe. Und selbst wenn das möglich wäre, so ist die Definition dessen, was gut und was schlecht ist und was Liebe ist, dann auch wieder eine andere. Und von daher verstehe ich das schon sehr gut und bin auch an dem Punkt, dass der Mensch nicht gläsern, in der heutigen Zeit auf jeden Fall nicht gläsern sein sollte. Aber im Idealzustand wäre das so. Und entsprechend finde ich diesen Ansatz, dass man Bargeld auflöst, im Sinne der De-Anonymisierung schon durchaus sinnvoll. Durchaus sinnvoll im Sinne der Gemeinschaft. Und das ist interessant, also das ist wirklich interessant und auch ein bisschen anders, als ich das vielleicht vermutet hätte. Des Weiteren sind noch positive Punkte, die dazukommen. So ein Zahlungsverkehr passiert viel schneller und effizienter, wenn man ein Bargeld durchführt. Ich weiß nicht, wie das mit Ressourcen ist. Natürlich hält so eine Geldkarte auch noch eine bestimmte Zeit und es ist auch wieder Ressourcen, die dafür verschwendet werden. Genauso werden Ressourcen verschwendet, um halt das Papier herzustellen. Das Papier kostet ja Geld, dann die Münzen, das Prägen, die ganzen Maschinen. Aber was es nun hin und her ist, das kann ich nicht sagen, aber was ich sagen kann ist, dass es schneller und effizienter ist. Ein großer Punkt, der immer wieder kontrovers in die Debatte eingeführt wird, ist, dass es zwei Arten von Geld gibt. Einmal das Geld der Nationalbanken, der Bundesbank, was man dann als Bargeld dann hat und bezeichnet und das digitalisierte Geld von den Privatbanken, die wenn sie pleite gehen, das vielleicht dann auch irgendwie weg sein können. Das Bargeld dann hat man in der Hand. Und das ist eine Illusion. Weil das Bargeld, was man in der Hand hat, hat keinen intrinsischen Wert, sondern der wird auch nur von der Bundesbank durch Wechselkurse, durch Politik festgelegt. Wenn aber das Bargeld wegfällt, so die Argumentation, dann fehlt dieser reale Wert, was kein realer Wert ist, aber, und da kann man sogar noch eins draufsetzen, dann sollte man vielmehr darüber nachdenken, dass man eben normal das digitalisierte Geld hat und dann Dinge sein Eigen nennt, reale Werte und das finde ich auch für die Bewusstheit so wichtig, dass man dann eben tatsächlich, wenn man das Bedürfnis hat und einem allen nicht traut, was einem gutes Recht ist und was sich auch erst unter Beweis stellen muss und wie weit das System auch alles sicher ist, dann kann man in Gold, dann kann man in Diamanten, in Platinen und was auch immer, in Gemälde, alles was einen Wert hat, kann man investieren beziehungsweise kann man das kaufen. Und dann hat man halt ein Banngold statt halt 100.000 Euro so auf dem Konto und dann hat man halt was man will diesen realen Wert, das kann man tun und das ist viel realer als das Bargeld. Also viele hängen noch so ein bisschen an dem Bargeld so aus einem Bewusstsein heraus, dass das irgendwie was Reales ist. Ach das ist nichts Reales, so ein Papierschein da ist nichts wert, also zumindest oft nicht das, was da draufsteht, sondern auch nur künstlich generiert und da so ein bisschen Komfort zu, oder die da ganz, 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 groß mitspielt bei den meisten Argumenten und entsprechend muss ich sagen, auch wenn ich so rein intuitiv die Menschen, die für die eine Seite argumentieren und für die andere Seite argumentieren, höre, dann sehe ich auf der einen Seite ein sehr breites Spektrum an Menschen, die sehr reflektiert, sehr ruhig und besonnen argumentieren und auf der anderen Seite sehe ich Menschen mit Angst in den Augen, Menschen mit Panik, Menschen, die in die Richtung gehen, dass man diese Angst auch kultiviert und man weiß nie, wer die Fäden in der Hand hat, man weiß nie, wer wirklich so, alles so ein bisschen in die Richtung Verschwörung und so und das sind eher so die Ängstlichen und die ein ganz starkes Sicherheitsbedürfnis haben, obwohl sie nicht realisieren, dass es keine wirkliche Sicherheit gibt für keinen Menschen von uns und das führt auch intuitiv dazu, dass ich mich tatsächlich eher auf die Seite derer schlage, die fordern, das Bargeld abzuschaffen. Was überraschend für mich ist, bloß ich versuche immer offen zu sein, um mir die Argumente anzuhören auf der einen Seite gedanklich und andererseits intuitiv wahrzunehmen. Und dann gibt es natürlich auch reale Beispiele, wie das Land Schweden, das schon das Bargeld so gut wie abgeschafft hat und Schweden als Land und auch nicht nur was das Geldsystem angeht, auch die Bildung und die Menschen, das ist ein Land, wo ich auch intuitiv sage, die klappen, die machen ganz schön viel richtig. Und entsprechend bin ich tatsächlich an diesem Punkt zu sagen, ich bin nach bestem Wissen und Gewissen in meinem jetzigen Zustand dafür auch das Bargeld abzuschaffen. Und mein größter Punkt ist tatsächlich die Entanonymisierung des Zahlungsverkehrs und all die Nachteile, die damit einhergehen, was Kriminalität geht und Anonymisierung generell, was ich für eine große Gefahr halte, gerade im Internet. Und das geht ja nicht nur beim Bargeld los, das geht ja auch bei anderen Aktionen. Kinderpornografie, all die Sachen, die man im Internet teilen kann und Sachen, die man im Internet in irgendeiner Weise vervielfältigen kann. Und ich habe mir schon bewusst, dass es dann eben auch die andere Seite gibt, dass man politisch nicht gleichgesinnte oder systemfeindliche dann besser aufspüren kann. Deswegen ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit dieser Endanonymisierung im Internet, dieser kompletten Endanonymisierung ist nicht möglich, weil es noch viel zu viele Länder gibt, wo halt kein demokratisches System ist, kein System, wo man merkt, okay, der Materialismus, der hat ausgedient, jetzt geht es nur noch darum, uns geistig weiterzuentwickeln, effizienter zu werden, sauberer zu werden, die Erde mehr wertzuschätzen, wie das in den vielen industriellen Ländern als ganz starker Trend jetzt schon deutlich zu sehen ist, siehe auch der Trend der pflanzlichen Ernährung, der kommt ja nicht nur aus der gesundheitlichen Sparte, sondern gerade durch die ökologischen Erkenntnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte hat man halt festgestellt, dass die pflanzliche Ernährung eine alternativlose Ernährung ist für unseren Planeten und nicht nur für unsere Gesundheit. Und da haben wir die ethischen, moralischen Aspekte noch gar nicht genannt. Ja, also, das ist das Thema. Bargeldlos. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion unten in den Kommentaren. Ich bin mir bewusst, dass das durchaus andere Meinungen auch gibt. Und ich bin sehr gespannt, weil das jetzt für mich keine in Stein gemeißelte Meinung von mir, sondern das ist eine Meinung, die ich mir jetzt gebildet habe über mehrere Tage. Also ich habe mir drei Tage solche Reportagen angeschaut und mich damit beschäftigt. Und ja, und dann werden wir unten in den Kommentaren schauen, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Bei Samuel. Tschüss. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020